Oh nein! Opa! Ihr Hass ist viel zu stark! Nimm dich in Acht, Dalaki! Man kann den Groll richtig spüren! Wir machen besser schnell, sonst hat er Blut ganz noch oder so! Roger, ich übernehme! Wie schmeckt dir das? Spann die Scherber hoch, jetzt hacke ich's Blatt! Hab ich noch was! Das ist eine blödsame Lippe, halt! Da geht noch was! Na, du bist zum Zug! Auf die Fall! Halt dich! 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 Was soll der Scheiß? Ich bin dran. Hier kommt Helm. Das tut weh. Angriff auf die Nuss. Roger, ich übernehme. Jetzt überruft er. Wie schmeckt dir das? Aufgepasst. Das sind so viele. Jetzt regal es, Kobolds. Auf die Nuss. Wurde schon ungeduldig. Das tut weh. Spann die Schirme auf. Jetzt hagelsbleib. Noch stehend. Alles okay? Scheiße! Ich bin dran. Das tut weh. 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 Roger. Ich übernehme. Geh. 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 Das tut mir schon! Da also! Hin! Hin! Da also! Häng mich so! Ich glaub meine... Das wird dein Bestes geben! Schon guckt mich wohl noch was aus! Fühl mich wie neu gewohnt! Häng dich! Da geht noch was. Jetzt schlag ich über alle Strenge. Da geht noch was. Das ist ein Schweres. Das ist ein Schweres. Das ist ein Schweres. Der Groll scheint für die Ewigkeit zu sein. Nanaki, du bist sehr stark geworden. Oh ja, habe ich die Prüfung damit bestanden? Ich befürchte, diese Entscheidung kann ich nicht alleine treffen. Wir müssen auch einen gewissen Hüter um seine Meinung bitten.